Banzai! Ist doch egal, was man tut. Es ist alles Vergebens. Die Welt wird sich deswegen nicht ändern. Ah, das läuft ja wie am Schnürchen. Und ich halte die Fäden in der Hand. Wir sind keine Elevens. Wir sind Japaner. Lelouch. Ich bin's. Susaku. Das Shinjuku-Ghetto muss vernichtet werden. Wie soll man als Britannier leben, wenn man Britannier von Herzen hasst? Also ich glaube, dass da überhaupt nichts herauskommen wird von wegen der Ort der Wahrheit. Wenn die Welt so beschaffen ist, dann habe ich nichts zu bereuen. Unter den Elevens gibt es viele, die Private Kororugi als Helden sehen. Es soll eine Gruppe geben, die versuchen will, ihn zu befreien. Ich selbst werde in einem Sutherlander-Eskorte gehören. Sollten die es tatsächlich wagen, aufzutauchen, werde ich ihn auf der Stelle hinrichten. Ich werde Britannier vernichten. Ich schwör's. Bringt sie tot oder lebendig? Nur bringt sie. Wir alle waren doch der Meinung, dass ein Krieg gegen Britannia vollkommen sinnlos sei. Aber er wird ihn gewinnen. Das Elevens Britannia bekämpfen kann ich verstehen. Aber du bist doch einer von ihnen. Und um mit nur einem Geese zu kämpfen, ist das ein ziemlich großer und mächtiger Gegner. Das kann mich nicht aufhalten.